Am Samstag war Bullenstag. Im BRG Kapfenberg fand das große Mini-Trainier der U10 und U12 statt. Die Kapfenberg-Burs waren mit ganzen fünf Teams vertreten. Weiters waren Teams aus Graz, Mödling, Feldkirchen, Wolfsberg, Wels und Grazkorn am Start. Die Kleinen spielten ganz groß und hatten eine Menge Spaß. Ich bin die Lea, bin zwölf Jahre alt und habe zum Basketballspielen angefahren, weil es einfach ein cooles Sportart ist. Weil man da auch mit Freunden zusammen tut und das funktioniert auch viel cool. Das Training ist viel cool. Im Training machen wir alles verschiedene. Wir laufen, wir machen Leaups, wie es man in der Basketballsprache nennt. Lernen fangen, werfen, richtig laufen und das. Und das ist alles recht cool. Let's go, Wolfs! Let's go! Vielen Dank.